Der Samsung Odyssearch ist groß. So groß, dass die erste Reaktion auf diesen Monitor meistens staunen ist. Darum werde ich ihn heute meiner Familie zeigen und ihre erste Reaktion filmen. Vor allem bei meinem Großeltern wird's funny. Erste Reaktion auf den Bildschirm. Von uns beiden. Es sieht aus wie ein Bild. Wie im Kino. Man hat das Gefühl, man leuchtet mit. Riesig. Und was würdet ihr auf diesem Bildschirm machen?